Herzlich Willkommen zu diesem Video. Das war jetzt ein ganz spontaner Einfall, weil ich bin jetzt gerade auf einem Sonntagsspaziergang und jetzt ist mir die Idee zu diesem Video gekommen. Ich möchte jetzt einfach einen meiner Strategien preisgeben, wie ich wirklich täglich Leads generiere im Internet. Und zwar mache ich das mit Xing. Und das ist bei Xing ganz einfach. Man kann ja 50 oder 100 Kontaktanfragen pro Tag senden an seine Zielgruppe, also an die Menschen, die man erreichen möchte. Das kann man sehr gut filtern in Xing. Ja, das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich das jetzt genau erkläre. Aber da kann man sich ja damit befassen, wenn sie in Erwägung sind, auch diese Strategie anzuwenden. Also man kann 100 Kontaktanfragen senden, aber ich glaube, das wurde jetzt wieder gerade zurückgestellt auf 50 pro Tag. Das wechselt immer so ein bisschen hin und her bei Xing. Aber es ist beides viel genug, sage ich jetzt mal. Und ja, die sollte persönlich sein. Senden Sie eine persönliche Kontaktanfrage. Suchen Sie irgendetwas aus dem Profil heraus, was Ihnen imponiert an dieser Person und dann senden Sie ganz normal eine Kontaktanfrage. Und die meisten Leute oder ich sage jetzt mal sehr viele bestätigen diese Kontaktanfrage, wenn sie wirklich persönlich ist und nicht aufträglich ist. Und dann mache ich folgendes, wenn bestätigt wurde, dann haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu senden. Und dann sende ich eine Willkommensnachricht. Ich schreibe in der Überschrift Herzlich Willkommen. Dann schreibe ich Danke für die Bestätigung der Anfrage. Als Willkommensgeschenk habe ich dieses kostenlose Video für Sie. Und dann sende ich den Link dazu. Das heißt, wenn dann jemand auf diesen Link klickt, dann ist da mein Willkommensvideo und das ist auf einer Landingpage eingebettet. Und dann bitte ich einfach etwas an auf dieser Landingpage, was mein Gegenüber wirklich haben will. Das muss, egal was Sie machen, etwas sein, was Sie interessant richtig wissen will, worauf darauf brennt, das zu erfahren. Das kann zum Beispiel sein, wenn Sie jetzt im Reisesektor tätig sind, irgendetwas, fünf Tipps, wie Sie keine Probleme haben, Ihr Gepäck am Flughafen wieder zu bekommen oder irgend solche Dinge. Das muss etwas sein, was Ihr Gegenüber wirklich braucht. Und so tragen Sie sich bei mir wirklich täglich Leads in meine Listen ein. Überlegen Sie sich einfach ein bisschen, was Sie für einen Nutzen bringen können, was der andere Ihr Gegenüber wissen möchte. Und dann funktioniert das. Sie tragen sich wirklich täglich Leads ein. Das wird auch bei Ihnen so sein. Und so kann man sich nach und nach die Liste vergrößern. Das war jetzt mein kostenloser Tipp heute am Sonntag. Versuchen Sie es. Beschäftigen Sie sich. Da habe ich mir gesehen, das steckt sehr viel Potenzial drin. Wenn das Video hilfreich war oder es Ihnen gefallen hat, bitte dann gefällt mir klicken. Gerne können Sie auch meinen Kanal abonnieren. Das geht hier irgendwo auf diesem Video mit einem Klick. Und dann erhalten Sie auch immer wieder Updates, wenn ich neue Videos hochlade. Gerne können Sie mir auch einen Kommentar hinterlassen. Gut, das war es jetzt von mir. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Wiedersehen.